Moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Feier-Morning-Vorzucker! Feier-Morning-Vorzucker! Okay, ich spiel die ganze Folge so. Feier-Morning-Vorzucker! Ja, fangen wir an. Ja, herzlich willkommen. Wer die ersten beiden Folgen noch nicht gesehen hat, sollte dies nachholen. Ist das so? Stopp! Wer zuerst fertig ist, ist der beste Risch von uns beiden im Feier-Morning-Vorzucker. Offiziell, hörst du mich? Wer zuerst hier fertig ist, ist erster, also bester Feier-Morning-Vorzucker. Nein! Als ob! Das war ja 100% Synchron! Das war ja 133% Synchron! Hallo, wie Sekunde! Ja, es war... Lass uns von außen in die Mitte rein. Hier so? Ja, da zum Beispiel. Ja, lenkt das mal auf meins. Warum soll ich das auf deins lenken? Weil das bei mir doch schon funktioniert direkt. Ja, aber warum hab ich denn eins? Vollposten? Damit du es gleich nach oben lenken kannst. Nein! Du musst erst mal auf das gelbe Licht strahlen. Nein, es geht nicht! Matthias! Es geht nicht! Du musst das machen. Aha, okay. Voll beschreibe ich das an. Matthias! Das ist ja so seine Schuld. Oh! Wir können ins Ziel! Nein, können wir noch nicht! Doch, können wir. Nein! Aber das ist seine Mission. Du musst das machen. Ja, da ist Wasser. Ey, du denkst mir gar nicht voraus. Aber Gegenteil, ziehen sie sich doch an. Jetzt musst du auch den roten Schalter aktivieren. Das kannst du bestimmt auch noch. Indem du da rüberspringst wieder. So, in der Space. So, jetzt gehst du... So, dann machst du den roten Schalter aktivieren. Jetzt muss ich... Nein, das ist aber mein Schalter. Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh! Ich geh einfach weg. Mann! Der ist wohl in dem Mandel. Du Opfer. Äh. Aha! Jetzt musst du wieder das Ding jetzt. Aha. Aha. Ah, jaja, ist eigentlich ganz einfach. Oh. Hä? Was ist das für ein Schalter, der kontrolliert wird? Das Licht rechts. Ach ja, rechts. Ähm... Du musst mit nach oben. Ja, ich wollte gerade zeigen. Ja, ich habe es ja gerade auch Gedanken mit es gehabt. Ich habe irgendein Sammengedanken mit es gehabt. Ja, dann musst du da so einen DIRDIN einfügen. Ja, ich habe diesen DIRDIN-Sound schon überall gesucht. Ja, ich hatte auch... In keiner einzigen Folge gefunden. Ich finde einfach nicht dieses DIRDIN. Das ist mein DIRDIN-Effekt, das gibt es gar nicht. Doch. So, jetzt gehst du nach rechts durch die roten Schalter. Das gibt es einfach nicht. Einmal auf trocken. Oh, danke für die Rettung, Bruderherz. Problem, jetzt können wir da hoch. Fertig! Ich war erster, aber was hat das? Ich war erster. Nice. Hier war gar nicht auf Zeit. Ja, ach. Jetzt gehen wir hier links machen. Da links, ja, genau. Das machen wir ganz symmetrisch. Ja, ja. Schieben wir das erstmal so hin? Schieben! Ich muss überhaupt machen. Nein, das musst du nicht da hinschieben, du Opfer. Doch. Ja, okay. Anscheinend... Ah, ich muss hier rechts rum. Ich baue einen Turm. Matthias, du baust jetzt keinen Turm. Es ist... Gesundheit. Es ist richtig. Ja, ist egal. Ähm, drehen wir da raus. Mann, siehst du, da hätte das Ding sein müssen. Siehst du, da hätte die Kiste stehen müssen. Ja, aber da habe ich nicht so viel gebraucht. Ja, schön. Nein, springst du bitte einmal hoch. Hup! Matthias. Ich schieb dich immer weiter nach links. Kannst du bitte... Ja! Kannst du auf meine Haare zoomen? Nein, kann ich nicht. Ich bin plötzlich nicht mehr begabt darin, in Sony Vegas auf dich drauf zu sagen. Hör auf, mir hinterher zu laufen! Matthias, es ist wichtig, dass du jetzt da links bist und dir die Kisten befachst. Aber ich will den Diamanten... Nein, willst du nicht. Doch, will ich. Du kannst den Diamanten einsammeln, aber du musst dir jetzt helfen. Das ist Teamwork. Guck mal, ich strahle jetzt auf die Kiste da unten. Okay. Du musst da jetzt immer noch irgendwas krasses tun. Ja, strahle ich auf die Kiste jetzt! Ja, tu ich doch! Ich geb mir doch Mühe. Frisers Master Sword! Stopp! Kacke! Du musst es... Ja, schieb ein Stück weiter. Aha! Aha! Guck mal, ich muss jetzt... Ne? Das war doch der Plan! Es geht gar nicht. Doch. Man kann das nicht eigentlich von deinem Winkel anstrengen. Ja, dann müssen wir das doppelt machen mit den Dingern hier unten auch noch. Ey, nein, du musst die Kiste einfach weiter nach links schieben, du schlaue. Die schiebst du jetzt ganz weit nach links. Ja, siehst du, Informatiker kommt durch, Leute. Ingenieurwissenschaften. So, ähm, geh mal weg bitte. Aha! Aha! Jetzt ist die Kiste angestrahlt. Nice! Ich glaube, du hast einen Fehler begangen. Ich glaub nicht. Ja, ich glaub schon. Was tust du da? Was tust du... Hey! Aha! Guck mal, ich hätte auch einfach so machen können, aber ist egal. Echt jetzt? Ja, jetzt ist das Spiel... Ah! Nein, das ist es noch nicht. Jetzt ist es doch jetzt. Oh, Mati, du hast alles kaputt gemacht, Mann! Piu! Ah, das ist das Falsche. Das ist das Falsche. Erstmal bitte auf das andere. Kacke. Nein, der Winkel passt einfach nicht. Psch, der wird passen. Nein! Bisschen weiter noch, bisschen noch. Ich kann... Nein! Ich hab doch schon den besten Winkel ausprobiert. Es geht einfach nicht. Matthias. Probier bitte. Geh runter und schieb die Kiste jetzt ordentlich hin. Alter, ich bin jetzt... Nein, ich glaub's dir jetzt erst, wenn ich sehe. Okay. Ich hab's dir auch gerade bewiesen, Alter. Mein Name ist Thomas Didimus. Und bin ich halt nicht selig. Und... Ah, das krieg ich jetzt so schade. Das ist ja schade. Ich bin ja auch doof. Erster! Ich bin unser Alter! Du wärst immer jetzt an den Platz gekommen, ohne mich. Nein! Ohne mich? Hättest du nie in die Kisten irgendwie hingebaut? Ja, aber du... Das ist der Sinn des Spiels, dass man ohne einander nicht arbeiten kann. Ja, schön. Ohne dich kann ich immer noch besser arbeiten. So, wenn wir jetzt... Ja, okay. Dann machen wir das nächste Level ohne mich. Ja, mach ich jetzt auch ohne dich. Watergirl ist blockiert. Nein! Siehst du? Aha! Ja, komm jetzt. Jawohl, jetzt hier oben rechts. Ja, da oben rechts. Ja, ja, ja. Zack! Aha! Sieht halt sehr kompliziert aus. Ich glaub, du musst helfen. Oh, hier ist eine Plattform zwischen. Lul. Ehre, Mann. Friess die Plattform. Friess die Plattform. Danke. So, jetzt hole ich mir den jemanden. Und jetzt... Irgendwie hast du... Du hast es zu schnell, glaub ich. Oder? Weißt was? Ich glaub, ich geh hier runter. Nein! Da darfst du nicht runter. Ich glaub, ich stehe jetzt hier. Warum? Warum solltest du so etwas tun? Wie du ohne Watergirl auskommst. Mann, ich hab doch gesagt, dass ich ohne dich, aber mit Watergirl alleine besser klarkommen würde, als mit dir als Watergirl. Fuck, du hast beide Tasten... Ja, aber jetzt ist schon eh zu spät. Aha. Kommt's? Weil du verkackt hast. Warte, ich muss mein Farbe-Watergirl-Kostüm tragen. Was machst du da? Warum gehst du jetzt erst nach links? Was tust du da? Hä? Ich hab das nicht so wackelt. So, geh runter mit mir. Hol den Diamanten. Jetzt musst du hier links rüberlaufen anscheinend. Und ich auch. Und jetzt muss ich da den roten, so, so, den roten jemanden hier, da den Schalter umlegen. Jetzt musst du anscheinend dieses, ja, das mach ich jetzt einfach, weil ich bin besser, wenn du die Kiste dahin schieben. Jetzt steht sie schief. Jetzt kriegst du sie nicht runter, weil du ein Vollidiot bist. Toll gemacht, Matti. Wenn man immer nur halbe Sachen macht, dann kommt das eben dabei zustande. Ich geh jetzt von unten, ich spring einfach dagegen und helfe. Ich wollte genau dasselbe gerade machen. Trotzdem nicht. Pew. Ja, was hat mich das jetzt gebracht? Äh, ich glaub, wir müssen den blauen Strahl irgendwie irgendwo hindenken. Doch, der blaue, ah. Da unten, roten Schalter. Ach ja, roter Schalter, roter Schalter, roter Schalter, roter Schalter. Roter Schalter, roter Schalter. Beeil dich, Tobi. Ja, wie so ein Formel-1-Auto, Alter. Einfach so schnell wie der Wind. Wow. Der Skill, Alter. Nicht tschüss. So, jetzt können wir wieder hochgehen und so aufs Ziel. Das war's auch schon, oder? Ja, das war's auch schon, oder? Ja, vielleicht war's auch schon. Vielleicht war's auch komplett. Jo, er ist da. Überleg, so, Alter! Matthias! Ich hau dich. Weil du das jetzt tust, Alter, ich hau dich sowas von blügelig windelweich, Alter. Komm, mein Fuß ist schon... Kannst du aufhören? Mein Fuß ist schon... Es ist schön, dass dein Fuß schon... Nein! Du wolltest mich doch mittelweich prügeln, los, mach. Ich bin schon mittelweich. That's my secret. I'm always mittelweich. Ja, dafür haben die Leute was an Unterhaltung, weißt du? Unterhaltung entsteht, indem man gut ist und nicht, indem man kacke ist. Oder indem man halt kacke ist. So funktionieren zum Beispiel all meine Fortnite-Videos. Also gar nicht. Und nur einen Schalter. Zack, jetzt musst du den Schalter wieder gleich umlegen. Aber erst, wenn du... Das war nicht extra. Ja, ja, ich hab's auch gesagt. Unterhaltung ist wichtig. Wie könnte das passieren? Ich war auf der Plattform. Du musst auf die Kante springen. Auf diese da. Auf diese Kante. Ah, warte, was soll ich... Aha, ich bin einfach... Hallo, das war Teamwork. Nein, ich bin King. Teamwork. Ich bin der King. Falls Maul. Ich bin der King. Ich bin der King. Mein Name ist Ulrike Bethmann. Meine Stärken sind... Klatsch, klatsch, klatsch. Erster! Und du bist der Zweiter! Guck mal. Wegen die haben wir die Zeit verkackt. Wieso wegen die? Ich war schneller als du. Nein. Äh, was haben wir jetzt gemacht dieses? Dann müssen wir jetzt was machen. Oh, das ist ein Unsichtpack. Nee, das ist ein... Das machst du extra, Alter. Ich hasse den. Das machst du extra. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Das machst du extra. Ja, los jetzt. Schneller. Das muss ewig Zeit. Tschüssi. Was hast du getan? Soll ich da durchkommen? Das geht gar nicht. Das machst du extra. Das mache ich auch. Das machst du extra. Das mache ich auch. Ja, jetzt lauf doch, du. Boah, ich muss auf dich fahren. Der Tobi, das war ein Bug. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Hashtag Matti ist behindert. Ewig kommt er an. Spreng. Stein der Meilen. Nein, ich habe Zeit verloren. Erster. Und du bist ein Zweiter. Trotzdem sind wir schneller als du. Wieso wir? Bist du Venom? Ja. Die Mittige. Ja, das ist das Letzte. Außenrum und dann die Mittige. Okay, aber Letzte ist für heute das Dunkle. Achso, das ist eine Mitte. Das ist jetzt das Letzte. Aha, dann machen wir jetzt das Letzte. Okay, das Letzte Level für die heutige Folge, Freunde. Im Dunkeln. Das ist jetzt die ganze Zeit mit deinem Meer und Pullover. Ah, ich bin der Erretter der Welt. So, es lauft. Vielleicht dem, 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 dem. So. So, es geht dir so rüber. Oder auch nicht. Nein. So. Jawohl. Jawohl. Wozu gibt es den Schalter denn dann überhaupt? Gar nicht. Ja, damit man die sieht. Ja, schön. Siehst du? Was bringt das jetzt? Ja, damit man die sieht. Du bist doof. Wie wärst denn einer erst mal draufbleibt? Wie wärst, wenn du einfach deine Klappe hättest? Rausdruck, wie nah du anst. Ah, okay. Bist du irgendwie zurückgeblieben? Ich lasse dich zurück. Also, bist du zurückgeblieben? Greif nach den Sternen, du bist bereit. Das ist nicht mehr der richtige Text gewesen. Alles, was richtig ist. Rettentöten, Rettentöten, Rettentöten. Ja, greif nach den Sternen, du bist bereit. Geh rechts rum. Ah ja, hier ist. Geh mal runter. Wir werden bei dir sein. Seibe. Da ist doch noch eine andere Tür, du volle Pfosten, Alter. Ja, aber wo? Und außerdem ist rechts eine rote Tür gewesen. Das heißt, ich muss eigentlich auf der Tür. Ja, aber welche ist denn die? Welche Tür ist denn für mich? Ja, die da drunter war. Ah, da habe ich gar keine gesehen. Du bist voll idiot. Seibe. Übrigens, Leute, wenn ihr Faberball oder werfeiert, dann natürlich auch noch umgeben. Ja, das solltet ihr nicht vergessen. Denn ansonsten kommt Tobi zu jedem Einzelnen von euch nach Hause und prügelt euch winneweich. Das ist absolut korrekt. Kann man so cool sein? Wir dürfen nicht zusammen auf das Teil schauen. Das ist deine Schuld. Du warst wieder zuerst. Nee, das waren die Dinger von Takashis Castle. He's convinced he can do this, but it's not easy. It's the shit. Ich hab auch YouTube-Kippen, der ist wieder. Wenn man keinen teamfähigen Partner hat, mit dem man zusammenspielt, dann macht nix Spaß hier. Ein Fortnite ist genau das gleiche. Wenn man mit dir Fortnite spielt, dann verliert man immer. Kannst du das? Guck mal, wenn ihr jetzt oben hinkt. Guck mal, wenn ihr jetzt oben hinkt. Weißt du, was ich bräuchte in diesem Spiel? Drei Leben. Können wir jetzt bitte endlich dieses Level-Abschließt machen? Es ist fünf nach zwei. Wir drehen seit vier Stunden diese alle Level. Steht doch überhaupt da. Doch, tu doch einmal so. Mann, wieso? Kannst du nicht springen? Geh noch näher ans Mikro. Ja, mach ich jetzt auch. Draußen nicht mal Verzerrungseffekt drauf. Mach ich auch nicht. Wir machen die Effekte einfach live, weil es ein Livestream ist. Kannst du nicht einmal in den Boden drücken? Hab ich. Mann, ich mach das jetzt alleine. Ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt. Verpiss dich, Alter. Ich brauch dich nicht. Ich bin immer eigentlich Fireboy. Weißt du, ich bin es nicht gewohnt. Spring auf die erste Plattform. Geschafft! Ja! Toller Kopfball. Frist meine Plattform. Mann. Oh, Tobi. Du hast mich weggedrängt, Mann. Hä? Wir berühren uns nicht mal. Doch. Man kann sich nicht drücken. Siehst du, wie kann ich mich berühren? Ich bin dieses Jahr nicht weggedrängt. Warum springst du denn schon, wenn du die sehen kannst? Ich hab sie doch schon gesehen. Kann ich doch nicht wissen. Mann, Tobi. Ich komm nicht am Schalter drumherum. Du musst kurz warten. Hier ist meine Tür. Deine Tür ist nämlich direkt unter mir. Okay, das heißt jetzt, this is where the fun begins. Du bist jetzt einfach nur die rote Plattform. Aber ich komm da nicht hoch. Ich kann's auch schaffen. Geh erstmal jetzt rechts. So. Das hat nicht geklappt. Ich wollte. Das ist auch sau anspruchsvoll. Du bist anspruchsvoll, Alter. Find ich auch. Nee, geht nicht. Siehst du, von hier kommt's gut dahin. Okay, ich muss gar nicht oben rumstellen. Ich muss schon oben sein. Ich muss schon oben sein. Kacke. Okay. Das geht ein bisschen nach rechts, das Feld. Okay. So, jetzt kannst du einfach nach rechts durchlaufen. Jetzt kannst du einfach nach rechts springen. Nochmal. Nochmal. Yeah! Und siehst du, es ging um Zeit. Ist mir egal, Alter. Oh, mein Rücken. Oh, ich würd sagen, wir machen noch. Oh, mein Rücken, so weh! Ja, ich würd sagen, wir haben's, ne? Ich bin Virtual Reality Man. Ja, das war's. Tschüss! ARGH!